Hey, Internet und YouTube. Hi. Wir holen den Helm. Und jetzt machen wir rockzuck in den Helm ab. Bam, baby. Ihr seid beendet. Wir sind die Besten. Alle lieben uns. Liebt ihr mich? Ich meine, wir sind schon ein paar Folgen hier drin von... Und da hat man einen Markt. Interessiert euch Skyrim nicht mehr? Ey, YouTube. Ich möchte in den Likes baden, okay? Wenn jetzt irgendjemand anfängt... Oh, wie Like geil. Absolut. Absolut. Absolut, es macht mich scharf. Es erregt mich, okay? Ich nähere mich davon wie ein Vampir. Vom Blut. Es macht mich wild. Was ist denn das? Gefrorene Speer... Ich weiß nicht. Oh no, ist das ein Rätsel? Oh shit, da sind Dinger zum Drehen. Oh no. Ich werde für immer hier bleiben. Hier ist mein Thron. Da, der wusste auch nicht weiter. Ich bin nicht der Eins. Und hier liegt jemand. Das gelbe Buch der Rätsel. Oh oh. Oh 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 oh. Okay. Ähm, lasst mich raten, es kommen Pfeile raus. Da bin ich ein Schluck auf. Gut geraten. Okay, wir müssen die Notiz lesen, richtig? Notiz. Äh, Bücher. Als was für ein seltsamer Achtershügelgrab sich doch erwiesen hat. Ich hatte noch nicht sehr viel davon erkundet. Na, eigentlich bist du fünf Meter reingegangen. Als ich auf diesen reich verzierten Raum und das Tor stieß, das mich davon abhielt, tiefer, um die Krypte vorzudringen. So. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Bei diesem Ort überkommt mich die Angst vor dem Reich des Vergessens. In diesem Raum gibt es einige Inschriften. Ich würde versuchen, sie abzuschreien, damit ich in Akademie etwas vorzuweisen habe. Der Mensch auf dem Thron, so wie er sein soll. Okay, das war der Thron hier. Fisch im Meer. Fisch, Adler, Schlange. 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 Okay, hier ist Wasser, also ist hier der Fisch. Richtig. Fisch. Adler, Schlange. Perfect. Genie oder Genie? What? What? Fisch. Adler. Schlange. Haha! Nicht mit mir, Freunde. Jesus Christ, dieses Gehirn funktioniert noch wie am ersten Tag. Bei meiner Geburt. Und seitdem hat es sich nicht weiterentwickelt. Was? Ich meine... Was ich damit sagen will, ist... Lassen wir das Thema. Ich möchte nicht darüber reden. Okay? Wir müssen nicht über alles reden. Wir können auch manches einfach im Raum stehen lassen. Gott sei Dank kein Rätsel. Es muss... Es darf nur niemand... Was war... Was war hier? Also. Okay. Hier geht es nicht weiter. Das ist gut. Wenn es nur einen Weg gibt, kann ich mich gar nicht verlaufen. Ich meine, es ist möglich bei mir, aber... Ja. Bevor ihr es sagt... Das ist eine Schlossstufe. Adept. Okay. Hey, 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 ich hab's doch. Was ist hier los? Bug? Ja, ja, das ist... Ja, komm, das ist Experte. Sie haben sich verschrieben. Was ist denn jetzt? Ich habe 50 Dietrichen schon verbraucht. Das gibt's doch nicht. Was? Ey, Gott. Kann ich nicht darüber reden? Was ist hier? Was ist hier? 5... Ich will diese Truhe nicht. Ich will sie nicht. 90. Dankeschön. YouTube, ich will diese Truhe nicht. Nein. Ah. Oh, Jesus. Haha, ausgetrickst. Es gibt Truhen, die will ich plündern. Und es gibt Truhen, die will ich nicht plündern. Und diese Truhe gehört dazu. Die will ich zum Beispiel plündern. Mhm, hier. Ja, dankeschön. Die wollte ich plündern. Ne. Oh, ne. Was ist das hier? Oh, shit. Ah, ich hab ne... Woher hab ich die Klaue? Oh, shit. Oh, da, was ist denn das drin? Ist das die hier? Ich will das ansehen. Oh, wie kann ich denn hier zoomen? Oh, shit, oh Matiko. Fallen lassen. Favorit hinzufügen. Wie kann ich denn das ranzoomen? Oh, nein. Ich hab's fallen gelassen. Nein. Oh, Mama. Da ist doch irgendwas... Irgendeine Abbildung. Was ist denn das erste? Oh, mein Gott. Ist das ne Schlange? Oh, shit. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier das zume... Oh, Gott. Fallen lassen. Ausrüsten kann ich nicht. Nein. Hm, ähm... Ha. Ha, ha, ha. Ich schätze, das ist ne Schlange, oder? Dann ist so ein Wolf. Und dann ist ein Schmetterling. Was sieht hier so ähnlich aus? Ich sag, das... Dann... Ist der kleine Wauzi. Und jetzt ist... Das hier. Ja? Ha, 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 ha. Mu, ha, 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 ha. Vergessen wir das mit dem Schlüssel. Mit dem Aufsperren. Hey, adde den F5. Mein Schad. Hallo? Hörer Fürst. Okay, so. Oh, oh, das macht hier gar nichts. Oh, oh. Nicht schreien. Meine Mama hat immer geschrien und das macht mich ganz... Wahnsinnig. Ja, ja, bleib so stehen. Das macht mir nix. Das macht mir gar nix. Genau, bleib so stehen. Oh, ich seh gar nix. Hier ist es so hell. Wo muss ich husten? Das ist der Rauch. Was tust du? Ich werd dich sowas von verbrutzeln. Oh, ja, und ein Finish-Move für dich. Easy. 146. Parklass ist okay. 9, Gold nur. Helm. 81. Massenlähmung. Eisenhelm ist mehr. Würst. Obwohl, verkaufen. Geblüht. Easy. Gold. 15. Wer hat's gedacht? Gold? Nee, sagt leer. I am the one and only... I did it. I did it. Ich hab zwei unglaubliche Quests. Wie komm ich... Äh, ich mein... Rätsel gelöst. Wie... Oh, shit. Ich muss den Hebel finden. Kann ich was Licht machen hier? Oh, mein Gott. Jetzt komm ich hier nicht raus. Wo ist denn der Hebel? Ich seh ihn nicht. Ein Hebel? Oh, no. What? Ey, ich seh... Ja, sag mal, muss ich mich auf den Thron setzen? Geht nicht. Diese Truhe... Ja, das ist die Truhe. Die ist leer. Ich seh keinen Hebel. Das heißt, Schalter. Aktivieren. Ist das hier wieder mit was drauflegen? Nee, das kann hier nicht sein. Das ist zu schrink. Ähm. Ich... Ich muss unbedingt eine Fackel kaufen oder so. Für die Atmosphäre. Okay. YouTube bringt mich jetzt nicht um. YouTube. Bitte. Du... Gebt die Mistgabeln weg. Ich seh den Hebel nicht. Ich seh ihn nicht. I don't see him. What? Oh, Gott. Jetzt kann ich mir was anhören. Oh, oh. Jetzt kann ich mir was anhören. Jesus Christ. Ja, bevor ich hier herumsuche... Ne? Geh ich so zurück. Okay? Nehme ich noch tief? Ich seh ihn nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Was soll ich... Was? Was? Hört auf. Wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein. Okay. Könnt ihr aufhören. Ich schmeiß hier alles voll. Nun. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Das wird jetzt... Die... Die killen mich. Wir haben die Quest abgeschlossen. Halleluja. Okay. Okay. Easy. We did it. Okay. Alles ist gut. Wir gehen zurück. Holen uns... ... ... ... ... ... ... ... ... Am Kamin. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Und bei Winterfeste... ... 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 Normalerweise kommen nur Eltern... Was machst du mit Eltern in deinem Schlafzimmer? Raus hier! Es ist creepy. Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Okay, du, ich hab den Helm von Winterfeste. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Wanne? 500 Gold! Okidoki! Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Thane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Thane. Es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Okay. Eins von drei. Gut, gut, gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. So. Hat dieses Kind kein eigenes... Oh, ich bin kurz vor dem Aufstieg. Ich kenne niemanden an der Akademie. Die Leute sagen... Ja, ja, ja. Ja, ja. Und was braucht ihr? Und was braucht ihr? Ja, shut up. 500 Gold, I'm rich. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Einatmen. Das war Ausatmen. Ah, verdammt, das ist zu schwierig. Fuck you, Chicken. Was schaust du so? Im Ernst? Ich hab Kopfgeld. Ich hab Kopfgeld. 40 Kopfgeld. Für nen Chicken. Und dafür krieg ich nen Stufenaufstieg. Weil ich nen Chicken getötet hab. Ist das ein Witz? Ich hab... Unbelievable. Ich tötte einen Huhn. Einen Huhn. Und ich hab 40 Kopfgeld. Ein Huhn. Die heiligen Tiere hier. Shut up. Ich muss irgendwas töten. Dann krieg ich nen Stufenaufstieg. Oh mein Gott. Dieses Chicken gehört in niemanden. Unbelievable. Das ist... Ich... Ich fass es nicht. So. Irgendein unschuldiges Tier, was ich töten kann. Jetzt mal ehrlich, ja. Wegen dem Huhn so nen Aufstand zu machen. Ach. Die bringen mich um wegen dem Huhn. Ich fass es noch immer nicht. Das kann sie nicht sein. Was passiert, wenn man hier nen Anwohner tötet? Nicht auszudenken. War das das... Der Huhn-Anführer? War das das Rudeltier, das Huhn der Hühner? War das der Big Boss der Huhn? Mafia-Boss? War das Huhn der verzauberte Einwohner? Eigentlich König. Hallo? Steck bitte nicht alles in Brand, ja? Oh, möchtest du, dass ich dich in Brand stecke, wenn du verstehst, was ich meine? Nein, und wir werden euch erbarmungslos jagen. Wow, ist ja gut. Ihr seid also ein Wächter von Stendal. Ja. Unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die Dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten machen. Mit welchen Waffen genau? Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Kassett angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Wer ist Stendal? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Die Jagd Dädra. Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Wehrwölfe, Hexen. Aber die Dädra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Möge Stendal mit euch sein. Mein Stendal ist immer mit mir. Wo immer die Dädra sich verstecken, die Lichter von Stendal werden sie ins Licht führen. Natürlich, ja. Bin absolut überzeugt, dass sie das macht. Warum habe ich für das Huhn einen Stufenaufstieg bekommen und jetzt habe ich dieses kleine Ding getötet? Oh mein Gott, das kann es ja jetzt nicht sein, oder? Ach, Jesus. War wir in einem Fight, oder? Ich hätte vielleicht schnell irgendjemandem helfen können. Stau! Maik trägt zwei Waffen, um sicher zu gehen. Was ist, wenn eine kaputt geht? Das wäre äußerst ungünstig. Der Lügner ist hier. Maik hat viele Geschichten vom Krieg gehört. Aber nur wenige von ihnen sind wahr. Maik sucht stets Messschieber. Findet jedoch keine. Wo könnten sie denn bloß sein? Hast du mich gerade beklaut? Was war das für ein Geräusch? Maik ist jetzt böse. Geht jemand anderem auf die Nerven? Maik hat genug geredet. Maik hat genug geredet. Siehst du die Ironie dahinter, mein Freund? Maik hat genug geredet. Maik hat genug geredet. Siehst du die Ironie dahinter, Maik? Habe ich doch irgendetwas bekommen? Ah, das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt. Ich muss eine Quest machen. Jesus Christ, das nervt mich. Ih, nein. Escape. Was habe ich denn jetzt? Hilft den Einwohnern. Okay. Blablabla. Amulett im Lager flüstende Hügel. Das ist irgendwo anders, oder? Irgendwo in der Nähe. Nopidi. 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 Schnee, da komme ich nicht rein, war das? Ich könnte denn zu diesem Bug schauen. Rein aus Interessens halber. Ich meine, wenn ich schon in der Nähe bin, dann schauen wir kurz dahin, oder? Ah, was von da? Seht ihr? Hier hat es funktioniert. Oh, und das hat so den Stufenaufstück gegeben. Okay, dankeschön. Perfekt. Perfekt. Oh, mein Gott. Einmal kurz geknackt. Bäh. Keine Ständerwitze. Sieh mal leer, was ich kann. Sieh mal leer, was ich kann. Okay. Ja, ja. Ja, pass auf. Pass auf, pass auf. Ah, ne, neue Stufe. Neue Stufe. Neue Stufe. Äh, boop. Aha. Hier. Boom, Baby. Und jetzt, Baby. Magie. Pass auf. Ist doch... Ne, ne, das ist falsch. Schutzgeistbeschwerden. Furcht. Hier. Problemreichen Tage von Winterfest im Leben vorbei seien. Boom. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Na, Halleluja. Ha, ha, ha. Das war überhaupt nicht anstrengend. Also, es war auch nicht anstrengend. Was ist? Ach, Jesus. Warum... ...machst du das nicht sonst auch immer? In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angeholfen. Geh weiter. Hier, mach dein... ...Hokus-Pokus. Wir wissen, du willst das. Hast du es schön gemacht. Ist das das Einzige, was du kannst? Wie lange hast du gewartet, bis du das mal wieder machen kannst? Parallel da gibst du... Das ist lange her. Ihr solltet hier wirklich was reparieren, weil... So, die Leute wie ich könnten hier runterfallen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, aber... Was ist, wenn einer von euch betrunken ist? Macht ihr manchmal Partys? Und jemand geht über die Brücke? Was auch kommen mag. Die Akademie wird es überstehen. Schön gemacht. Ach, das war's. Warte. Die ruhmreichen Tage von... Wer ist Mirabelle? Sie ist die Hochmagierin hier. Erzmagier Ahren mag die Leitung haben, aber Mirabelle hat das Sagen. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Gibt es hier einen Elfenmagier, der die Sterne studiert? Warum ausgerechnet Sterne? Wartet. Ihr meint doch nicht etwa... Nein. Davon könnt ihr gar nicht wissen. Was ist los? Nee, wartet. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch erzählte, dass es mir eine Vision... Dass es mir eine Vision gegeben wurde? Nun, ich habe schon Schlimmeres gehört. Ich glaube, ihr sucht Nelakar. Er wurde vor einigen Jahren verbannt. Zweifelhafte Forschungen. Lungert immer noch im frostigen Feuer herum. Okay, abgeschlossen. Sprich mit Nelakar. Okay, gut, gut, gut. Ratschläge zu den... Brrp. Zerstörungszaubern geben. Gewiss. Zerstörungszauber gibt es in verschiedenen Formen, die alle für verschiedene Zwecke zu gebrauchen sind. Konzentrationszauber sind schwächer, können aber sofort gewirkt werden. Praktisch, wenn man in der Klemme sitzt. Und kein solcher Verlust, wenn man einmal daneben trifft. Ihr müsst euch auch entscheiden, ob ihr euch nur auf eine einzige Art von Zaubern konzentrieren wollt. Eure Flammenzauber werden mächtiger, wenn ihr euch nur auf diese konzentriert. Aber damit seid ihr bei Gegnern, die gegen Feuer immun sind, in einer schwächeren Position. Zerstörungsmagie trainieren? Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Was soll das bedeuten? Ich weiß genau, was ich tue. Jesus Christ. 260. Ich klaue einfach ohnehin alle cool. Ich muss unbedingt mehr stehlen. Ich muss unbedingt mehr stehlen. Das ist der Geist. Das ist der Geist. 197. Cool. Shut up. Wir können einmal aufsteigen. Beschwörung. Okay, wir haben das hier. Beschwörung Novize. Beschwörung Lehrling. Das müssen wir hochgehen, oder? Was ist hier? Waffen bewirken größeren Schaden. Okay, das klingt auch nicht schlecht. Doppelter. Okay, beschwören. Ist uns Wurst, oder? Ich bin bei Beschwörung. Jesus Christ. Zerstörung. Okay. Doppelter Zerstörungs... Okay, Zerstörung Lehrling. Okay, hier wäre versteckter Frost, verstärkter Blitz. Oder verstecktes Feuer. 25% mehr Schaden. Ja, die Frage ist, mache ich Blitze? Vielleicht will ich mehr im Blitz gehen. Durch das doppelte Wirken eines Zerstörungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Das klingt auch nicht schlecht. Einschlag. erwartet. Lor fatto, dass die Zerstörungsz dependent kleine Touriale wird in der Übersicht Entschuldigung, habe ich dich nicht ausreden lassen? Ach so, ich bin dann beim Meister, oder was? Trainer, Meister, in dieser Stufe trainiert, 5 von 5. Oh, okay. Okay. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, ich habe mich nicht so... Okay. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet wird, wird geschätzt wird. Okay, ich gehe in die andere Richtung. What the fuck are you doing? Selbstsicher. Ich will mir mein Geld zurückholen. Wie sie mit ihrem kleinen Hintern wackelt. Okay, die hat echt ein Problem, oder? In den Mauern der Akademie ist sie nicht mehr... Ich weiß nicht, warum du das machst hier, aber... Fuck! Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe? Fuck. Ah. Fuck. Ich war kurz davor. Ich war kurz davor. Ich war kurz davor. Fuck. Oh, shit. Null Prozent. Ich... Ich will mein... Was ist, wenn ich sie umbringe? Einfach... Ich will nur das Geld zurück. Ich bekomme einfach auch einen Zauber auf sie, oder? Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich werde es nicht schaffen, hm? Okay. Null Prozent. Fuck. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Mirabelle wird auf euch warten. Wartet mal. Wie sehr sauer ist hier. Okay, ich habe... Okay. Okay, wenn ich 1400 stelle und ich bezahle 25 Goldstücke, ist okay, oder? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Oh, scheiße. Nee. Fuck you. Das wäre witzig. 1400 stelle? Ja, okay. Das war zu einfach. Das ist einfach keine Chance. Das ist einfach keine Chance. Null Prozent. Das ist nicht mal ein Glücksding. Das ist nicht mal eine Frage des Glücks. Ich hole mir das noch zurück. Ich hole mir das noch zurück. Easy. Ich weiß, okay. Hier 1400 für mich, okay? Wir wissen, wo wir es bekommen. Das ist ja ein Taschentiebstahl, oder? That's the Spirit. Oh shit, ich wollte mir... Ach nee, ich hätte dieses Blitz kaufen können von hier. Ah, vielleicht lerne ich es ja jetzt. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht. Doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst, diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Schnucki, wir müssen reden. Aber im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ja, top. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020